Hab ich ja nicht vergessen, ne? Ist ja klar. Bäm, 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 bäm. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als vorher, der ganze Spaß hier. Zack. Vielleicht machen wir uns aber auch irgendwann die Freude und machen ein riesen, riesen, riesen Weizenfeld. Vielleicht aber auch nicht. Schade. Aber hier unten ist auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial. Hier sind auch Kühe. Das heißt, ich würde hier ganz gern runter wollen. Weißt du? Also einfach auch wieder einen Weg nach unten. Weil wir es können. Denn wir wollen ja auch Nutztiere. Also Kühe zum Beispiel. Würde ich schon haben. So die grundlegenden Überlebensteile und so. Guck mal, hier ist noch eine kleine Höhle mit Kohle und so. Kann ich hier. So. Zipp, zipp. Das heißt, wir müssen hier und hier. Dazu diesen hier. Jenen. Zipp, 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 zipp. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall noch irgendwie Lücken. Wissenslücken. Die habe ich öfter. Da bin ich aber geübt drin in Wissenslücken haben. So. Was brauche ich denn? Habe ich das alles mit? Natürlich nicht. Äh. Gab es das noch? Ja, die gab's noch. Geht das nur so? Hm. Okay. Aber ich glaube, ich habe keine Fäden mehr, ne? In Monster Drops? Doch, habe ich noch. Zack. So. Dann haben wir ja schon hier so eine kleine Leine. Das ist natürlich eine geile Sache. Weil Ich hab doch gar die Tür offen. Und hier hat sich doch so eine Kuh quasi angeboten. Ja, jetzt stehst du da unten, du blödes Vieh. Okay. Was wollte ich denn haben? Holz. Und zwar... Stufen. Ich vertu mich immer wieder mit diesem... Ich steh drauf auf der Kiste, weißt du? De, 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 de. So. Dann haben wir das nämlich schon mal so weit, dass wir hier... ...ne Treppe hinbauen können. Weißt du? Weißt du diese... Beb... 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 Ding, ding, ding... Wird das schon wieder dunkel? Alter, ist das schon wieder dunkel. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. so so ist angenehmer gute nacht flunk so räumen wir mal ein bisschen ein bisschen auf und machen hier unten mal ein bisschen wo ist die blöde Kuh jetzt hin du blöde Kuh wo bist du schon wieder hin was ist denn das ein tropischer Garten hab ich den jetzt eingesammelt ja kann ich den ah perfekte schon mal Kiwisamen draus basteln und Ananassamen draus basteln sehr schön so machen wir hier mal ein bisschen Licht in die Höhle nicht dass da am Ende irgendein Viech rausgeritten kommt und dann ist die Aufgabe hier einmal das Ding zu zerpflücken so und jetzt die blöde Kuh suchen da vorne ist eine fangen wir erstmal an mit der Kuh flup das geht nicht aber so geht's komm 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 schön hochkommen locki 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 was komm mal ran auf den Meter der blöde Kuh ich habe das da 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 Ditud O Hinter Jeeha! Ich brauch noch nen Cowboy-Hut. Hup. Hup. Komm ran hier, ich bin hier. Hup. So, und hier hoch. Was? Folge mich. Folge mich. So. Na, da stehst du doch schon mal nicht so scheiße. Komm. Komm, 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 komm. Nicht hier einen Off-Tensor und so. Komm rein hier, komm. Sehr schön. So, du kannst dann direkt mal hier rüber wandern. Ich sagte da rüber. Hau ab. Dann brauche ich schon Weizen fürs Erste. Das sieht doch schon nicht so scheiße aus dahinten auf dem Feld. So, ich habe doch hier die Möglichkeit, Weizen zu ernten. Was? Hm. Okay. Das geht offenbar nicht immer und dafür dann später mehr. Okay, das muss auch erst mal einer verstehen. So, das ist alles noch nicht erwachsen, ne? Er hier ist aber erwachsen. Alles noch nicht so richtig. Aber komm, irgendwas ist immer. Habe ich denn eigentlich schon die Futtergeschichte drin? Für die Futterstation von Raycraft. Die habe ich schon da. Aber wir müssen noch ein Dorf suchen. Weil das mangelt uns ja noch an Karotten, Kartoffeln und so weiter. Stahlplatten. Stahlplatten. Muss man auch mal gucken, wie wir das herstellen. Stahlplatten. Naja. Aber erst einmal hier. Zack, zack, zack. Pling. Nachzucht. Da. Ganz wichtig. Rauchst du immer wieder. Die, 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 die. So. Jetzt können wir uns hier mal so ein bisschen... Stachelbeere. Jetzt können wir uns hier mal so ein bisschen Stachelbeere. Genau. Wir können uns hier ein bisschen Stachelbeere. Sesamseeds. Das sieht ja schon gut aus. Da können wir bestimmt auch ein bisschen was mit machen. Das ist ein Frieder. Das hier ist ein Tropischer. So. Aber ich hab doch hier, als ich vorhin runterkam, als ich die Treppe runtergelaufen bin, bin ich doch in diese Richtung. Und hab doch nach der Kuh gesucht. Da, siehst du? So. Huch! Ja. Moin! Alter! Ich muss den ganzen Spaß mal nach oben hauen. Äh, hier und hier. So. Dann haben wir nämlich hier noch einen Haufen Gartenzeug, was wir schon einsetzen können. Wir müssen ein bisschen die Gärten hier abgrasen und hoffen, dass wir irgendwann mal ein NPC-Dorf finden. Also das wäre schon geil, wenn wir eins finden würden. Das ist auch recht schwierig in dieser Welt, weil hier ist ja alles ein bisschen anders als früher. So, hier sind, sind das Büsche. Das ist nix, was wir essen könnten. Hm. Also im Grunde müssten wir hier wirklich noch ein bisschen suchen. Und hoffen, dass man hier was Gescheites findet, ne? Bienen. Das macht eigentlich Sinn, sowas mitzunehmen. Was bist denn du? Mein Hoppelhäfchen. Mein Äfchen. Mein Hoppelhäfchen.